Herzlich Willkommen zum Adventkalender 2023. Öffnen wir gemeinsam das siebte Türchen. Engel des Friedens. Sie hilft dir in geistiger Not und Bedrängnis und sät neue Hoffnung und Optimismus. Du kannst den Engel des Friedens auch für äußere Dinge des Lebens in Anspruch nehmen, die dir viel bedeuten und mit deinen tiefsten Überzeugungen zusammenhängen. Bitte den Engel des Friedens, sich an dein Bett zu setzen, wenn du einzuschlafen versuchst, aber die Gedanken an die Ereignisse des vergangenen Tages oder an den kommenden Tag in deinen Kopf kreisen. Bitte darum, sie möge dir die Hand an einer Stelle auflegen, die sich danach sehnt, und stelle dir dann vor, dass sie deiner Bitte entspricht. Den Engel des Friedens kannst du wieder folgend rufen. Sprich laut den Namen des Engels des Friedens aus. Engel des Friedens, ich rufe dich, bitte höre mich, bitte hilf mir. Erzähle dann den Engel des Friedens von deinen Problemen. Sprich mit den Engel des Friedens wie mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Immer laut, nie in Gedanken. Bedanke dich zum Abschluss, dass der Engel des Friedens dich erhört. Und wisse, dass alles geschehen wird, wonach du bittest. Erwarte dir nichts, sondern sei offen.